so hey leute und willkommen wieder so bei let's play your adventure map von thomas minecraft immer noch die letzte folge war ja ne lassen wir es einfach mal im raum stehen so diesmal habe ich auch nicht das intro vergessen hoffe ich und zack wieder an die spitze diesmal habe ich ein paar vorkehrungen getroffen hoffe ich wir schauen mal zack 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 und das sind die vorkehrungen hoffen wir doch mal dass es so dann irgendwie besser klappt so und so und so und zack 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 so jetzt muss ich nur noch mal eins hinsetzen hier vorne zack zack so gut dann machen wir uns mal ein nachtel machen wir so zack zack und schlafen man runde So, Challenge 1 Die schaffen wir Locker, ich habe mir vorgenommen Sie beim ersten Versuch sofort zu schaffen Und 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 Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus Nein Egal, ich habe es ja geschafft Hoffe ich Komm schon, bitte nicht Ich habe das doch jetzt geschafft Oder? Ah, Dreck Scheint nicht so, als ob ich es geschafft hätte Gucken wir mal, wie ich denn stehe Ja, und ja, genau Na Egal, ich spring so weiter Und Zack Und Und So, klappt doch viel Besser Ich werde mir jetzt wohl immer Und Zack Und Na, nee Warte Das werde ich So, und Peng Und Zack Und Gratulation Neuen Helm So, gucke Muss man hier runter Hm, ich weiß jetzt nicht Sieht nicht so, als ob man hier runter müsste Sieht nicht so aus Ich gehe dann da mal runter Ich spring definitiv nicht ins Wasser Ich spring definitiv nicht ins Wasser Das Kann man schon mal vergessen Äh, drauf mit dem Helm Ja Komm mal hier hin So Gut Ah, da wird wohl immer Seht ihr Seht ihr es mit dem Wasser Oh man Das Oh, was ist das denn für ein Backwasser Da muss ich mich jetzt hier irgendwie rausbauen Ich kann ja nicht mal Doch, ja, aber er trinken kann nicht Ist klar Wie jetzt Und ich hab nichts Ah, so Gut Zack So Und Ups So Gucken wir mal, was hier unten denn so rumfleucht Oh, gar nichts Ah Super Journey 2 Super Galomatico Zack Machen wir uns mal Schöne Nacht hier Ah Leitersprünge werden es wahrscheinlich sein Sieht jedenfalls gerade danach aus So Auf den Baum Und von da an geht es Weiter Nein, verdammt Jetzt hab ich meinen Geilen Steindolch Nicht mehr Das ist ja So Das geht doch In Ordnung Und Wie jetzt Hä Dann hätte ich doch gar nicht Rumspringen müssen Hm Okay Oder vielleicht ist der nur zu Deko Ich weiß es nicht Ich muss mich mal hier rumgucken Ähm Ja Wahrscheinlich sollen von Baum zu Baum springen Aber hier hätte man ganz leicht schummeln können Aber ich würde dann einfach mal Trotzdem nochmal Von vorne Hier Anfangen Ups So Ich wurde schon wieder angefragt In dem Textgepack Und So Ich sag jetzt einfach nochmal Ich werde erst Ein paar Tage nach der 1.3 Zum Download stellen Nochmal Für alle Also Ne Die inzwischen wissen Dass ich hier gerade mit meinem eigenen Textgepack Zugange bin Sieht man jetzt Oh Das sieht man jetzt teilweise nicht unbedingt Sieht man halt nur so Wenn man So ein bisschen mehr mit Stein Und den Neuen Holztexturen arbeitet Ups Und zack Komm 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 Ja Geht doch So Und da jetzt ran Ähm Zack Ja hier hätte man ganz einfach hochklettern können Nach oben Alles klar Wird gemacht Hm Hm Achso Hier lang Was Hier lang Da lang Jetzt Echt Da runter Man muss wohl ne Huh Jo Geil Zack 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 Ja Da kann ich doch nur hier drauf springen Nein Ach Leck mir doch die Kimme Ach Kack drauf Ich hole noch von vorne Und da Dill 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 Was soll ich sonst für Geräusche machen wenn ich rumgehe Es nervt vielleicht Aber So Zack Zack Und Zack Und Uh Fail Den verkack ich doch sowieso immer Thomas was du mit dem Wasser gemacht hast Das ist mir ein Rätsel Hätte ja selber Ups Hätte ja selber Kommentiert Ich nehme auch jetzt erst auf Nachdem ich die Ja So Ich nehme die jetzt gerade hier am 23 auf Weil ich einfach Vorher keine Zeit hatte So Und er hat dann halt selber gesagt Dass er es nicht weiß Er hat eigentlich auch einen Spawn gesetzt Ja Kann halt mal passieren Vielleicht hat er in einer Snapshot oder so Das gebaut und Deswegen ist es halt So ein bisschen Verbuggt noch teilweise Ja Ich hoffe Ich hoffe Das habt ihr jetzt nicht gehört Okay Lol Sind da Spinnen drin? Ne Ist ne Oh Redstone Schalter Gut Schauen wir mal Was es denn hier so gibt Ah gut So Gratulation So Jetzt nach unten gehen Okay Ich gehe einfach hier nach unten Achso Das Tor war vorher zu Achso Alles klar Ja okay Gut 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 So Ja Challenge 3 Wenn du eine Solle erreicht hast Kannst du dir mit Leitern Ein Checkpoint setzen Wozu sind diese Enderperlen Wohlnütze Wenn du runterfällst Wieder hierher kommst Und neu machen Nicht meine Idee Habe ich aus einem Video Von Pix-Echitect Von meiner Adventure Map Das mit den Dingern Achso Das mit dem Enderperls werfen Da bin ich immer gespannt Ich snack mir einfach mal ein paar Und ein paar Ladern So Okay Gucken wir mal Ne Das ist so doof Ah Das ist hier Wie kann ich Och Gott Ich kann hier nicht Oh kacke Los Los Pikachu Ich ertrinke sonst Nein Nein Los Nein 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 Boah Okay Das Wasser ist man definitiv Äh Ja Okay Ja so kann ich wahrscheinlich Nicht sehr gut spielen Hm Ich wüsste jetzt auch nicht wo Das Ich gehe einfach mal Da hinten hin So Och Gott Habe ich auch so hin drüber geworfen So Ich glaube ich Sorry Thomas Aber ich glaube bei dem Wasser Wenn ich da dann mal ertrinke Und nicht weiß wo ich dann zurückkomme Muss ich da irgendwo Ja Muss ich hier außen rum gehen Oh nein Haha Ich habe es schon gesehen Och So komm schon Ja Sauber Ja geht doch Ah sorry Thomas Ähm Ich würde sagen die Mäcken müsste es dann nochmal überarbeiten Aber ist ja nicht deine Schuld Das hast du natürlich nicht mit Absicht So Zack Hm So Gratulation Dankeschön Ich glaube die Perlen und die Leitern Lege ich einfach dann mal wieder zurück Noch ein Helm Ja das ist doch mal was So Na hier wäre ich dann angekommen Gut Ähm Was wird denn jetzt Ah Okay mit Och das Hat aber schön liebevoll gemacht Muss ich ja zugeben Hier so schön Von außen sieht man es zwar als terraformt ist Aber Ist ja ein Fehler gewesen Dass ich da von außen reingekommen bin So Oh Gott Ich hasse Ich hasse Kakteen Jump'n'Runs Ah Kacke Och Und auch noch so lang Oh Gott Schon mal selber ausprobiert Also ich kriege die nie hin Also selten Und die wachsen ja auch gelegentlich Man muss echt den Oh Gott Ah Den Punkt Ah Das Mann